Schnee in der Schweiz, das muss man nicht nur beim Sommer suchen. Mein Name ist Lukas Deininger, ich bin 19 und komme aus St. Gallen. Ich mache Ski-Uel und das schon seit sieben Jahren. Mittlerweile bin ich in der U20-Junioren-Nationalmannschaft. Ski-Uel ist eine Sportart, die zum einen aus Langlauf, zum anderen aus Orientierungslauf zusammengesetzt ist. Auf einem Labyrinth aus Schneetöf, Spuren und Läupen muss man von Posten zu Posten natürlich immer möglichst schnell. Die kleine, aber absolut faszinierende Sportart verlangt volle Konzentration, während man physisch extrem gefordert ist. Ich meine, mit Langlauf-Ski kreuz und quer durch den Wald, das ist eben schon ein Abenteuer. Und genau dieses Abenteuer reizt mich, um immer wieder Vollgas zu geben im Sport. 2014 habe ich es mit dem Staffel-Team das erste Mal seit 10 Jahren geschafft, um wieder mal eine internationale Medaille in die Schweiz zu bringen. 2015 bin ich zweimal schwedischer Meister geworden und an die Junioren-WM sogar 15. Dieser Jahr hat es zweimal auf das Schweizer Meisterschaftspodest und an die Junioren-WM gelangt. Um neben der Belastung der Ausbildung gleich an der Weltspitze dran zu bleiben, braucht es viel Aufwand, Zeit, Herzblut und Unterstützung. Ich habe das Glück, um an der Sportschule Appenzellerland zu sein und so Schule und Sport optimal zu kombinieren. Aber was im Skio-Leben auch braucht, sind die Trainings auf dem Schnee. 2017, 2018 ist meine letzte Saison als Junior. Und darum möchte ich nochmal alles daran setzen, an die Junioren-WM in Bulgarien meine ambitionierten Ziele zu erreichen. Zudem möchte ich mich auch zum ersten Mal für den Weltcup qualifizieren und so auch bei den Eliten mitmischen. Durch deinen Beitrag könnte ich mir die kommende Saison mit Trainingslager und Wettkämpfe in Italien, Finnland, Bulgarien und den USA finanzieren und so meinen Sport betreiben, wie er mir Freude bereitet. Ich danke dir jetzt schon ganz herzlich für dein Engagement. Bis zum nächsten Mal.